Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Ihr seht schon, es gibt jetzt einen neuen Operator, insgesamt zwei sogar, denn wir haben jetzt den Season Pass, plus die Tatsache, dass es eine brandneue Map gibt, eine verschneite Yacht, jetzt der Clou an der ganzen Geschichte. Wir haben bereits eine Folge aufgenommen, aber Tobi sein PC, mein PC und der PC von niemandem, Boris Becker und von Frank Buschmann, ist einfach abgestürzt, beziehungsweise es gab Probleme mit der Aufnahme. Aufgrund dessen seht ihr die Folge, die wir aufgenommen haben auf der Yacht beim Herrn Currywurst auf dem Kanal, beim PayZ auf dem Kanal und beim Bronzebier auf dem Kanal. Und ich empfehle euch strengstens diese Episode zu gucken, vor allem aus der Sicht, so hart wie es jetzt klingen mag, aber vor allem aus der Sicht von Curry, denn der Curry und ich haben einfach den geilsten Motherfucker-Kill eines Schildträgers ever gemacht. Das war Teamplay, ne? Aber leider können wir das euch nicht, also kann ich euch das nicht zeigen, aber wie gesagt, ihr könnt das beim Curry beim Bronze... Aber mir hat es auch genau an dieser Stelle geleckt, deswegen muss ich das rausschneiden. Ja, bei mir auch. Aber wir spielen wieder hier Dings, ne? Bist du Bescheid? Oh, jetzt ist die Performance viel, viel besser, Alter. Ja, hallo, jetzt sind wir am Start, ey. Hä, wieso hab ich... Hä? Das ist wahrscheinlich schlechter als letztes Mal. Wo ist denn? Du hast einfach mal nix ausgewählt, super. Hab ich doch ausgesucht. Ja, ne, du warst vorbei jetzt. Du warst so Rekrut, Junge. Okay, scheiß drauf. Tobi, du machst wieder Küche, ne? Ah, völlig. Sorry, ey, vor lauter Laberei. Mein Name ist Tim Melter und heute gucken wir ein Stück Scheiße. Weil das da einer hingestellt hat. Heiß noch Tobi, äh... Fußfetischist. Hi, YouTuberfight. Warum dein YouTuberfight? Fußfetischist. Fetischist. Der Fußfetischist. Der Fußfetischist. Ich hatte tatsächlich in der letzten Runde 9 zu 4 oder 9 zu 3. Guckt's euch an. Ich bin der Ungel. Up geht's, go. Tobi, weiß Bescheid, ne? Fenster. Wie weckt der denn? Ist das meine Ecke hier? Fenster. Ich geh nach oben, ne? Ist er eingeschlafen? Entschuldigung, ich hab noch was geschrieben. Ey, die Map gibt's auch bei Tag. Ach so, die Schleifze. Ja, natürlich. Ja, wie gesagt, die neue Yacht und so weiter. Könnt ihr alles da sehen. Nö, da ist nix los hier, ey. Jetzt geht's um den Hut. Aber was ich eine Frechheit finde, ist tatsächlich der Preis, ähm, der Preis... Guck mal, Curry ist der Besser. Der Preis ist heiß. Der Preis von den beiden neuen Operatoren ohne Season Pass. Von wo, von wo? Jo, war das nochmal Curry? Also hier im Fenster ist niemand, ja. 25.000, wenn du keinen Season Pass hast und nix. Was sagst du dazu? Du wirst quasi gezwungen, den Season Pass zu kaufen, weil es einfach unmöglich ist, dieses Geld, also diese Punkte zu verdienen. Natürlich ist es möglich, aber du musst halt suchen wie so ein Sons-Wat, ne? Das hat Kevin schon gemacht und er hat's nicht geschafft. Ja. Ich glaube, weil ich sagen... Weil ich sagen... Also es gibt Spiele, wo ich sagst, so ein Season Pass lohnt sich. Weißt du? Ja, ja, klar. Aber hier... Aber hier lohnt sich das auch. Hier ist eigentlich Schwachsinn. Natürlich, also es lohnt sich, klar, weil du dann die Operator umsonst kriegst, aber du wirst ja quasi auch dazu gezwungen, ne? Es dauert wirklich lange. Du hast ja 40 Stunden alleine, glaub ich, gespielt oder mehr noch, ne? Und hast trotzdem die Punkte gar nicht zusammen. Aber wenn ich mal überlege, wie das früher war, so bei Diablo, weißt du, da kam dann so ein Add-on raus, nach zwei Jahren. Das heißt, da hast du 30 Euro bezahlt und hast richtig was gehabt einfach. Ja, aber das ist halt gar nicht mehr so. Heutzutage... Okay, die wissen Bescheid, also das Fenster... Und heutzutage wissen die ja schon, dass sie zum Spiele-Release sind ja quasi schon DLCs vorbereitet, die dann nach und nach erscheinen. Das ist einfach voll assi. Ja. Hashtag EA. Fuck, fuck, fuck. Oh nein. Man hockt doch nicht vor so einem Luftschacht-Eingang, Alter. Kevin, ich habe einen bekommen ebenso, ne? Hast du gerade Division gesagt, Tobi? Ich hätte das voll unter Kontrolle eigentlich. Oh, Fuse. Putze, putze. Okay, ich gehe mal weg, ne? Division. Aber ihr habt mitbekommen, ne? Dieser Gläse, der ist hinten an diesem Loch da. Oder der Destiny. Pfft. Ah, 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 ask. Burschtel. Oh, jetzt mach ich es. Der mag ich jetzt nicht mehr. Der Abo. Sehr, sehr, sehr gut. Der wird dir die Füße nicht mehr massieren. Hey, warum kommen die denn da beide hin? Die wissen doch, dass ich da bin. Wurde entdeckt, Mann. Oh, die wollen dich halt holen, ne? Oh, und die... Die der Bowlen. Wo, Dennis, wo? Hier, zwei Stück. Ich habe einen angehütet, aber der lebt noch. Nice shot, Dennis. Ja, mit der Shotgun, Alter. Wie soll ich das denn machen? So oben, er regt's in die Ecke rein. In die da noch? Ja, ja. Zwei Stück Curry, umgehe die mal. Ich lenke die mal ab. Alter, in Blend. Unten im Hauptatelier sind zwei Stück Curry, genau. Unten links ist einer, der kommt jetzt zur Treppe. Ja, fuck, der hat mich jetzt draußen. Wo, wo? Ist draußen auf den Gang. Langsam, langsam. Ist nur noch einer, der muss eh kommen. Also, den müssen wir holen. Ich habe die Treppe hier hinten safe. Das treffe raus. Irgendwann kommt der da lang, wahrscheinlich. Okay. Genau. Nice. Kassmann, allererster Shotgun. Shotgun-Kill in Rainbow Six. Sauber, allererster. Krass. Sehr gut. Der war ja gar nicht mal so schlecht. Boah, wie der weggeflogen. Tobi. Ich würde dich noch was fragen, ne? Ich würde dich noch was fragen, Tobi. Warte, warte. Ich würde dich noch was fragen, Tobi. Was denn? Bist du bereit? Ja, hau raus, da. Alles klar. Alles klar. Willst du noch Bescheid? Curry. Was hab ich da heute gesagt? Lass mal Klippen nehmen, Leute. Klippen. Okay, komm mit. Curry, was hab ich dir heute gesagt? Nochmal. Ich bin der Saunaboy. Oh Gott. Ich bin der Saunaboy. Der Saunaboy. Ich bin der Saunaboy. Ihr mögen es nackig zu sein. Ja, ja, ja. Ich bleib der Saunatreu. Und wenn wir schwitzen, dann kacken wir uns ins Gesicht. Hä? Das hat Dennis dir gesagt? Nee, das hat mich definitiv nicht gesagt. Doch. Das hast du mir beigebracht. Ich hab gesagt, wenn wir schwitzen, dann spielen wir mit Hunden. Ach so. Hätte von mir sein können. Ach so. Das ergibt aber auch keinen Sinn. Nee, das hab ich nur gesagt, um alle... Also, Erkenntnis des Tages. Bronze steht auf Kacke und Hunde. Nicht in der Küche. Entweder Keller oder erst in Kellersetze. Keller, Keller. Oder man kombiniert es einfach miteinander. Keller, Keller. All die sind in den Keller. Keller, Keller. Hallo. Der Bronze benutzt immer seinen eigenen Stuhlgang, um Häuser aus Lehm zu bauen. Äh, Patrick? Ja? Wollen wir wieder Garage gehen? Sehr gerne. Sehr gut. Aber diesmal mit ein bisschen mehr Deckung. Ja, ich hab diesmal leider eine falsche Klasse. Aber ich kann das Schild nehmen. So, ich hab tatsächlich einen neuen Operator. Nee. Dann hab ich gekauft. Das ist ja der Hammer. Ja, ne? Guck mal, mein Schild funktioniert auch wieder. Guck mal, ich hab eine goldene Waffe, Freunde. Guck mal, meine Waffe. Okay, Patrick, komm im Event. Jo, Alter, Gott bless the USA. Jo, Mann. USA, USA. Was ist mit Curry los, Alter? Ah, Curry, der hat... Ah, Leute, guck mal, ist euch was aufgefallen? Die Spawnpoints haben die jetzt auch anders gesetzt. Ähm, ist jetzt so, dass man einzeln spawnen kann, ne? Echt? Ja. Ist nicht mehr so, das ist cool. Das ist geil, ey. Geil, Tobi. Warte mal, wir sind auf der falschen Seite, was ich glaube, wir können ja auch durch. Ja, gib mir Ronzi, das ist guter. Tobi, was machst du denn da schon wieder? Nix, alles gut. Hallo, Ronzi. Kannst du das einschlagen, das Ding? Warte, ich mach schon. Dennis, mach mal kaputt da. Pass auf, pass auf. Genau wie ich gerade. Mach eben, ich mach die Tür und damit fahr ich aus. Weißt du, wir sind voll konzentriert, die macht mir irgendeinen Scheiß da. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Was treibt ihr da, treibt ihr es miteinander? Da könnt ihr nix machen, Mann. Tobi, das macht... Keiner vorbeischießen, Patrick. Komm, Tobi. Du bist hinter mir safe, wenn du hinter mir stehst. Ja, ich geh genau hinter dir. Ach, scheiße, Mann. Oh, Kevin, meine Nase juckt. Ja, kein Problem, Konzentration. Ey, Junge, weißt du denn, dass ich eh was kaputt bin? Ja, Konzentration, meine Nase juckt. Herr Patrick, wie zum Wind? Boah, was ist das denn, Alter? Ronzi, wie er denn da? Lol. Ah, ich bin in den Frost reingetreten, glaube ich. In den Frost reingetreten. Okay, hier ist verstärkte Wand. Alter, Tobi, mach dich. Okay, ich mach auf. Alter, Tobi, versammt. Oh, nein. Was macht ihr denn da schon wieder, Leute? Nur am Lachen, Leute. Okay, geh mal safe. Warte, stell mich mal hinten. Ich fahr aus. Ich kann nicht mehr spielen, Alter. Der hat mir einen Zocken, der nicht so gut ist. Aber sicher auch in Schrapp, Patrick. Nicht, dass er mal kommt. Wie da aus? Ich sehe gerade, siehst du was? Nee, ich sehe gerade gar nichts. Der ist halt eben aus der Hölle, ey. Oh, ich bin am rollen, Alter, Alter. Was auch immer. Links ist ein Raum. Ich habe rechts in meinem Auge gerade eine Träne. Durch links springen. Da steht Buck auf deinem Kopf. Ah, der liegt auf dem Boden hier, Patrick. Der geht weg. Der ist nach rechts weggelaufen. Komm, hier, komm mit mir, Patrick. Komm mit mir mit. Einer auf der Treppe. Links ist auch einer. Links, der kriegt links auf dem Boden. Die sind voller Special Operation Team und wir gehen hier vorhin kaputt, alle. Locker. Okay, warte mal, wir müssen uns zurückziehen. Nicht, dass einer von hinten kommt. Patrick, komm zurück, komm ein Stück zurück. Den habe ich, den habe ich. Scheiße. Der muss aber verletzt sein. Eigentlich hättest du den haben müssen, Patrick. Ey, du hast die Granate liegt auf der... Doch, du hast ihn. Der liegt auf der Treppe verletzt. Dann hol den dir, Patrick, komm. Nee, 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 nee. Der ist hochgekrochen. Der ist hochgekrochen. Nice, Patrick, komm, komm, komm. Nein. Wie kann das sein? Ja, die Hitboxen sind einfach von der Arsch, Mann. Ey, so ein kleiner Spalter nur noch. Deja vu, der Karte. Oh, Curry, Alter. Oh, Alter. Nein, 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 nein. Der hat mich auch... Krass. Du hast noch einen mitgenommen, ey. Ich dachte, du frisst das Himmel. Ey, dieser Fuß wird dichter, der hat mich jetzt geschippt. Das ist so voll... Was haben wir denn diese Runde gemacht, Alter? Ja, ey. Unsere Special Command... Ey, der Tobi... Der hat einfach gerade ein Nitro-Handy am Kopf geschmissen bekommen. Immer bei der Map, oder? Und dann siehst du auf einmal wieder, wie der durch die ganze Map fliegt. Und was nehmen wir diesmal? Sollen wir Garage nehmen? Da, wo die gerade drin waren? Ja, ich wollte noch was sagen. Es ist auch neu, dass wenn man einen Raum schon erfolgreich umkämpft hat, dann kann man diesen nicht mehr auswählen. Und was ich noch sagen wollte, ist, Ubisoft hat sich ja nicht mit Ruhm bekleckert. In der Zeit, wo wir die letzten Folgen alle in petto hatten, war das Problem, dass es einige Updates gab, die das Spiel tatsächlich sehr, sehr, sehr in Verrufenheit geraten. Was wollte ich sagen? In Verruf gebracht hat? In Verruf gebracht hat, genau. Und da gab es unter anderem, dass die Karate nicht mehr aufstehen konnten und in der Wand geglitscht. Ja, auch, Tobi. In der Wand geglitscht. War es kaputt, meine neue Frage? Okay. Garage, Garage, Garage. Ja, mein Weed ist leer. Mit anderen Worten, jetzt funktioniert das Spiel perfekt, Dennis? Nein. Also guck mal, ich habe hier so Fallen, Patrick. Ja. Was hast du dazu? Oh, vielen Dank, Patrick. Warte mal. Tobi, was hast du für eine Klasse? Tobi, hab das Puls wieder, ne? Achso, ja, habe ich jetzt genommen, ja. Ja, dann bleib auf jeden Fall mal bei dem Ding sitzen, dann kannst du drumherum safen. Okay. Hey, hey, hey. Das Tor ist jetzt safe. Oh, nicht mein Freund. Warte, hier die Wand save ich mal kurz. Also da können die schon mal nicht durchsprengen. Es bleibt alles so, wie es ist. Patsch, kannst du hier noch eine Wand hinmachen? Kannst du auch diesen Dings auf die Treppe legen, Dennis? Nee, da habe ich schon überlegt, weil das wäre mega gemein. Aber es geht leider nicht, Pulsze. Warte, 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 warte. Ja, ja, Luka. Vielleicht da, wo der Dings ist. Genau da, wo ich noch Band. Alter, wer war das Schild hier? Wie viel Wände kannst du noch, Patrick? Einmal. Einmal hier rechts in die Ecke. Komm, heute ich kann auch noch Curry war auch noch wo. Da macht links von der Tür. Okay, genau hier noch. Also ich wollte, ich wollte in diesem Raum sitzen bleiben. Ich geh zu meinem Schild. Also ich wollte in diesem Raum sitzen bleiben. Achso, liebe Freunde, noch eine wichtige Mitteilung. Der Curry und ich und der Patrick und der Bronz, wir werden im Mai, äh, im März, nicht im Mai, im März endlich den Tobinato besuchen. Und da kommt dann die Geschichte mit dem Döner. Das könnt ihr beim Tobi dann auf dem Kanal eines Videosbeitrags sehen, wie wir den essen. Genau, und derjenige, der nicht mitkommt, kriegt den Döner per Hermes geschickt. Ja, und muss dann Unboxing machen. Okay, jetzt sind wir hier zu dritt in dem Raum, ne? Ja. Also hier gibt es eine Tür, die wollte ich halt safen. Genau die. Oh, Tag der offenen Tür da hinten. Ich hab, ich hab die Tür, Curry. Ich hab die schon. Jo, hast du gut, Curry? Curry stirbt. Ruhig, 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 ruhig. Also da ist auf jeden Fall Action. Hier, Leute. Bei mir ist nix, oder was? Los. War das ein Schild, Mann? Ne, ne? Doch, da ist ein Schild. Da sind zwei Leute, ich brauche Hilfe. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Hast du, hast du? Ne. Die haben... Geh, geh einfach zurück. Bleib nicht da. Denn, wir können jetzt hier... Die achtet gerade mit drei Leuten auf dieselbe Wand. Ja, die kommen ja auch alle von da, ne? Ich hab ihn angehittet, ich hab ihn angehittet. Ah! Du Bastard! Besserst! 0,4. Die Vision. So ist gut, ja, Mann. Oh, nice. Hol den, die, hol den, die Bonze. Bonze, komm hier hin. Alter, Bonze, komm hin. Ben, Ben, komm zu mir. Hey, was macht der Bonze denn da? Ja, warte, ich bin Feitmann. Da hol ihn. Töte den, töte den. Ganz recht, töte den. Das war doch klar. Ja, du kannst doch nicht einfach so den Raum stürmen. Oh, fuck, ey, das kann doch nicht sein. Nice, Tobi. Tobi, alles. Komm, jetzt, pssst. Drei Stück sind alle. Drei sind's noch. Da ist noch ein Schildtypi links. Genau. Nicht safe. Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Boah! Links, Tobi, links, links, links. Pass auf. Ja. Geh weg da. Ah, nein. Schade, ey. Mann, was macht ihr? Scheiße, ey. Ruhe bewahren, Leute. Ich dachte, der war hinter mir, Alter. Locker, aber. Ihr müsst auch Ruhe bewahren. Wie er da gesehen hat, wie ich mich voll panisch hin und her gedreht hab, weil. Ich musste so lachen. Der Patrick liegt da, der rennt da direkt in der Brunze. Kommt da von der Seite, einfach so ein random Typ im Bild. Von der Gier in den Augen, ey. Wann nehmen wir denn? Geil. Ich mach mal den. Geil. Geil. Also wir müssen das mal aufteilen, unsere Gruppe. Wir machen das jetzt so, dass der Curry immer mit Plzett läuft und Bonze, Tobi und ich laufen. Ganz neues jetzt. Ja, aber dann müssen wir auch mal vernünftig dann da irgendwo einbrechen. Ja, Bonze, ey, du bist, du stehst so, du stößt zu Tobi und Dennis' Team, da kann eigentlich gar nichts schief gehen. Ben stößt immer. Er kommt einfach mit mir mit gleich. Ich bin der taktische Führer. Vor allem redet der einfach weiter, so, weißt du. Der kriegt gar nichts mit wieder in seine Biene. Wir sind diesmal nicht in der Garage. Der Ben hat gerade wieder 4-0-4 im Kopf, hör mal. Ich stell mir das gerade so vor. Wir sind auch nicht in der Küche. Okay, warte mal, das ist erbgeschoss. Oder leicht begleitete Hausfrauenmilfs. Erbgeschoss die Bar. Nee, er so. Kennst du im Gefängnis die Männer, die sich mal wie Frauen verkleiden? Hört mir gerade zu, ihr Pissnake, Mann. Ich wollte gerade sagen, ohne Curry wären wir aber echt aufgeschmissen, muss man auch mal sagen, Curry, ne? Das stimmt, ja. Lob kann man ja ruhig mal dir auch um die Ohrenpfeffer-Duelle in der Hohrensohn. Ich würde gerne, ich würde gerne einfach das Team haben, was wir hier haben. Wir lieben dich doch, du bist doch ein süßes. Wer ist ein Team, was? Wo sind wir jetzt? Du bist doch ein süßes Mädchen, Curry. Geht doch mit Peaks Miet spielen, Alter. Ja, ne? Tobi, sag mal, ist es schön warm am Feuer, oder? Ich möchte mit euch spielen. Ach, Curry, hey. Wie süß. Na, wollen wir, sind die in der Küche, oder was? Nein, 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 ich habe es gerade gesagt, die Bar. Aber die Bar, die Bar, die Bar, die Bar. Das ist die Witzkirche. Das ist die Witzkirche. Oh, Leute, hier kann man nicht rüber. Boah. Hinter den Dirk? Wir lassen mal hier rein, Dennis, oder? Ja. Hier, warte mal, die haben eine Klappe, glaube ich, ne? Von oben. Aber Ben, ey, geile, goldene Waffe, Mann. Eigentlich mal, ja, 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 ja. Ich fahr mal kurz ran hier. Nicht teuer. Fack. Boah, ich spiel doch den Arsch. Hier drin ist erstmal alles clear. Geh, warte mal. Ja, ja, ja. Der Tobi, der geht hier voll ab, mir. Fängt mal auf, mir. Habt ihr noch 14 HP. Fitzen. Okay, das Fenster ist gesaved. Okay. Hoffen nicht. Oh, meinedie. Also, ich geb's eine Klappe. Oh, ja. könnten wir auch wirklich gut entdeckt die kamera weiß nicht wo die ist oder irgendeiner von euch wurde entdeckt ich würde denken ach so ein stück ist wenn sie ist weil ich war mit kamera rein ich mal sprengen streue hier noch mal rein ich mag dieses verteidigen alter der weiter natürlich sehr gut ich kann mich auf die springe die springe ich weiß der flash reinkommt zwei flash rennen zwei flächen da ist ein aufstellbares schild rennen aufpassen jungs das auch nicht so nicht ich glaube es ist kaputt weiß dass wir von einer seite kommen können ja wir müssen ja denn jetzt kannst du nicht mit deiner shotgun hier mit der unterlagen hier noch mal probieren ob das geht kannst du zu uns rüber ab sowas genau so der scheiße wir haben uns quasi erwartet ja gut wenn wir durch ein guter herr kann sagen ja klar war klar das dann immer ja leute das ist die erste folge unserer session also mach mal chilligen da draußen in der base auch mal kein fass auf das ist die erste rolle die wir heute spielen lassen wir mal schneemobilgarage nehmen oder oder ist das nix die hatten wir gerade ne echt oh dann lass mal dann lass bibliothek nehmen wäre ich auch für hier oben garage war nicht so geil haha ok ich bin geil ja genau ich bin geil ich habe ja mal zugeben ne ich habe letztens bei twitter den hashtag äh lion twitterstar gesehen habt ihr es auch gesehen ich habe doch was zu beschrieben ja ich habe beschrieben lion das scheiße kann man auch einfach mal ganz kurz knapp so sagen hast du auch die schwester von von debitor gesehen die ich gepostet habe ja ja die bände müssen wir auf jeden fall die roten bände mit der roten tapete müssen wir alles safe vom peder immer vom peder ja pedier ist ja leise da der pedier oder richtiger pedo machen wir die kiste zu ich bin eine frau oder was ja klar hey was ok wenn er mich hat da kommen die wahrscheinlich aber nicht ausreden kann stör sender ans fenster wobei 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 ich habe noch ein stör sender ich werde das fenster machen nicht dass die kirchologie heute wieder zum einlassen wo 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 hier aus patrick geh mal weg da ich kann genau das achso ok alles gut ne patrick bleibt da bitte nicht stehen bleibt da nicht stehen ist klar ist klar ben 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 hier hinten am fenster muss oh ben vorsicht das fenster komm durch den haupteingang älter was heißt das ja ben wir sind am arsch jetzt ja ich muss hier raus warte ich geh mal hier rum Wo wollt ihr hin? Hinter uns ist ein Fenster auf. Ja, wir haben doch die Fenster. Müssen wir doch helfen. Curry, warst du das? Nein. Hier? Da hat einer reingeschossen. Ja, habe ich gesehen. Das wäre einer von euch gewesen. Die sahen sich auf jeden Fall hier gerade ab. Bei dir auf der Seite, Patrick, oder was? Ja. Komm, Leute, wir drehen das jetzt. Alles gut bei dir? Ich habe da gerade was gehört, aber es kann sein, dass hier jetzt wieder über das Dach rein sind. Boah, Alter, das gibt es nicht. Von wo? Von wo? Der Typ ist zu krass da. Dieser Nymphfix. Eigentlich stand doch scheiße, ey. Ja, keine Ahnung von wo, aber von euch irgendwo. Alter! Von drin, hä? Warte, ich versuche zu dir zu kommen. Der Typ ist zu krass, dieser Nymphfix da, ey. Super, jetzt habe ich... Fuck. Was, hinter dir? Patrick, hinter dir, Patrick! Hinter dir! Hä? Nein! Ja. Du siehst das... Du siehst das noch bei ihm hinten, da geht das Fenster auf. Ja, aber ich kann nicht rechts, links geradeaus und nach hinten gucken. Ja, das sah nur lustig aus, Patrick. Ja, klar. Und Dennis kommt da auch nicht zugekrochen. Hammer! Oh! Yo, man! Dafür gibst du ein dickes Like heute, liebe Freunde, auf diese Folge! Eins auf! Aber wer dicke Action sehen will, der guckt, wie gesagt, die letzte Episode beim Curry, beim Bronze und beim Paylette Set und äh... Bei der Toilette? Ey, ich habe eine Ubisoft-Aktion abgeschlossen, Mann. Ich habe Jubilee-Kunker bekommen. Ja, geil! Hammer! Hat sich gelohnt für mich, ey. Tschüss, ihr Pesser! Tschüss! Viel Spaß damit! Curry, mach mal... Ich will nochmal gegen die Spiele, Mann. Ach, geht nicht. Ja, komm, wir machen erneut. Erneut, komm! Nee, geht nicht. Curry, mach mal Ab-Moderation von Inscope. Nee, ich bin jetzt nicht in der Stimmung. Mach mal Ab-Moderation von Inscope, Curry. Verpi... ... Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017